hallöchen herzlich willkommen und damit zurück bei minecraft mit unseren öfen die wir ja aktuell in der hand haben und natürlich so richtig direkt wussten vorhin also in der letzten folge in der letzten session wohin denn damit überhaupt jetzt so das ist mich schwer weil hier drin ist halt die ausstattung eigentlich zehn von zehn das haus ist direkt fast zu klein um hier vor allem was will ich halt auch mit dem räucherofen in dem haus drin ob ich die letzten endes ob ich den letzten endes ich wollte ins landhaus könnte ich ihn stellen aber weißt du was ich pack den doch hierhin dann hatte ich jetzt gesagt das ist jetzt nur also wir hatten ich musste letztens die session echt ein bisschen schneller beenden weil wir besucher erwartet hatten letzten endes ist der besuch jetzt weg pass mal auf wir machen folgendes ich muss mal ne pass mal auf ihm nehmen mal drei vier mit ich muss ich muss grundlegend was ändern das mit dem lager quatsch mit der mit der mit der schmiede das hat alles nicht so richtig sein sollen ich wollte dass das war alles ein bisschen auf krampf ich hätte das echt anders anstellen sollen jetzt muss ich mal ganz kurz spicken wir brauchen oder wir machen einfach mal pass auf wir haben da genug holz wir machen einfach mal aus dem was wir hier da haben machen wir einfach mal so bleibt zwar genau einer übrig was ich immer nicht ganz so gern habe dann hatten wir hatten wir wir hatten entrimmelten stamm auch wir machen 123 bzw 456 dann hatten wir genau zweimal holzkohle übrig die wir hier mit rein geschossen hatten genau dann habe ich jetzt natürlich die stöcke hier 64 brauche ich jetzt nicht ich brauche in dem fall erst mal nur eigentlich 123456 mal und jetzt ist es jetzt wird jetzt ein bisschen tricky ich muss erst mal nach unten gehen also ja ein bisschen unorganisiert jetzt gerade das wird vor allen dingen ich könnte mir vorstellen das wird eine mischung aus entweder ganz lustig oder zwischendurch mal ganz still und ich tatsächlich ein bisschen ich weiß gar nicht wie es beschreiben soll ich habe bisschen was getrunken eventuell wir nehmen wir zwei lava einmal mit wir nehmen wir zwei lava einmal mit und machen dann folgendes wir nehmen gleichzeitig noch zwei eimer mit wasser mit und dann baue ich mir da mal ich weiß zwar noch nicht so richtig warum zwei ausgerechnet eigentlich eigentlich tut es auch einer weil ne eigentlich brauche ich gar keine obwohl doch vor ich selber nehme ich mal in mit und dann aber auch hier wieder noch ein paar bippe 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 zacken wegen weil es so ich muss da noch mal grundlegend ein paar dinge eventuell ändern ich weiß leider noch nicht so richtig wie ich bin da echt komplett raus ich müsste eigentlich auch äxte mitnehmen und auch schaufeln zumindest was heißt ja kommt von jedem mal zwei für den fall der fälle wir müssen hier wirklich grundlegend was ändern punkt 1 also pass auf das wird jetzt ein bisschen anders aber ich muss es erstmal so machen weil ich jetzt keinen direkten gedanken finde wie sonst machen könnte problem ist halt immer beim kies mit diesem dass es hin und wieder doch mal zu feuerstein wird aber an auf der anderen seite brauchen wir halt auch gar nicht so viel wir machen mal den weg hier auf auf diesen abschnitt hier also quasi dass wir hier so ja ist da was ich meine okay das reicht schon mal nicht aber auf der anderen seite machen wir halt auch das hier weg also wir müssen das jetzt gleich wie gesagt komplett grundlegend wird sich das jetzt ändern die schmiede wird wesentlich größer als zunächst mal angenommen jetzt muss ich mir bloß mal überlegen wenn hier diese absatzkante ist zwischen erde und sand dann machen wir das so wie hier das heißt hier kommt sand hin sand 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 dann ist der weg nämlich erstmal komplett weg was erstmal ein bisschen komisch ist aber heißt ja nicht dass wir hier beziehungsweise eigentlich kann auch sein ich mach den dann wieder hin zumal wir jetzt auch gar nicht nee weißt du was das war nee ist eigentlich auch quatsch den können wir lassen den können wir eigentlich schon lassen das war jetzt der der grundgedanke aber mein besuch ist übrigens gerade zu hause angekommen das ist schön erstmal da bin ich immer relativ beruhigt da muss ich doch mal ganz kurz antworten geben so also folgendes wir machen hier den weg wieder hin das war jetzt also der ansatz war erst mal der ist absolut gescheitert also wie gesagt hier muss sich jetzt aber mal ganz gewaltig muss ändern gut der kies reis jetzt reicht jetzt erst mal trotzdem nicht ich muss mal überlegen warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ich kann noch nicht so wirklich also hier das kommt nee das brauchen wir eigentlich in dem sinne jetzt so auch nicht machen verdammter misst jetzt also jetzt bin ich bord da fängt der wolf hier mitten in der nacht noch an irgendwas zu fabrizieren und dann wird es erstmal komplett schäbig wir brauchen das dann brauchen wir ich muss mal kurz nachdenken eigentlich auch wieder glas also zumindest einen oder pass mal auf wir nehmen mal kommen wir nehmen wir mit können wir dann etwas immer noch zurück schaffen so wir brauchen eigentlich noch mehr koppelstunden wegen den wegen den öfen jetzt brauche ich noch kies kies erde sand und sowas naja wie gesagt ist gerade noch ist gerade noch ein bisschen stille ich mich gerade noch ein bisschen an aber das können wir so nicht lassen das ist noch nicht so wie ich das eigentlich haben wollte also der weg wie gesagt der kommt erst mal wieder hier hin der kommt weg aber eben auch nur mit dem ansatz dass wir hier sagen das wird dann noch schmiede da würde man eigentlich die außenwand ach komm wir haben zwar genug koppelstunden müssen den jetzt auch nicht unnötig verschwinden das wird noch schmiede bis hier vor wird das jetzt schmiede die muss größer werden das nützt mir so wie die jetzt ist aktuell noch nicht viel gebe ich ehrlich zu warte mal die außenkante können wir eigentlich lassen das brauchen wir gar nicht abtragen hier also es wird jetzt ein bisschen umformen hier von der ganzen geschichte wir haben ja nun schon in der seit folge 1000 haben wir ja schon das haus ein bisschen verändert das lager haben wir vergrößert die stelle haben wir umgebaut und jetzt kommt eben auch noch hier unsere schmiede dran den turm haben wir geändert an dem schiff haben wir wenigstens fähnchen dran gebaut und eigentlich auch vom hafen ich wollte auf den hafen mal ein dach krachen und auch das hier was jetzt stein ist eigentlich mal anders farbig machen aber ist jetzt erst mal alles nicht so tragisch oder machen auf jeden fall das hier können wir aus sand lassen da brauchen wir nicht unbedingt koppel das steht schon mal fest dann können wir uns eigentlich auch den hier sparen und eigentlich auch das hier so ne so der rest wird jetzt wie gesagt koppel weil wird alles wird alles noch wird alles noch zur schmiede gehören am ende kann man sich jetzt noch gar nicht vorstellen die wird also jetzt wirklich fatal vergrößert wir machen das ganz anders als vorher grundgedanke war eigentlich zu sagen dass wir hier genau in der mitte des weges die tür haben also ist die 1234567 und dann aber in die anrichtung auch 1234567 das heißt aber wir müssen das stück hier komplett wieder wegreisen dann ist das eigentlich oder 12345678 1911 ist jetzt breit und dann wäre die 14 16 breit also ist schon größer als vorher ich könnte natürlich auch sagen ich komme hier bis ran würde aber auch wieder auf der anderen seite ein bisschen doof aussehen bin ich noch nicht so ganz sicher wir machen es aber erstmal wir machen es erstmal ist ja egal wir haben ja nichts zu verlieren wir haben ja eigentlich zeit auf der anderen seite will ich natürlich auch wieder nicht dass die folgen in irgendeiner form eintönig werden aber so ein bisschen dran rum geschust da hier ist ja schon mal ganz okay denke ich dass die muss auf jeden fall wieder die finale höhe haben so wie sie vorher war das ist schon mal glas klar dann kommt hier jetzt das dach noch drauf das ziehen wir mal hier rüber so außen könnte klarer weise wie gesagt so würde die dann auch zu breit aussehen jetzt kommen wir hier ein bisschen ja gut geht aber gerade noch denke ich wie gesagt hinten das nehmen wir dann wieder weg und dort bauen wir eigentlich wieder diese kleine sitzecke hin wie sie vorher war also wir verschieben eigentlich die ganze schmiede nur ein ganzes stück nach rechts und trotzdem ist die größer als vorher müssen aber wie gesagt hinten ganzes stückchen wieder absetzen leider leider weil sonst funktioniert das nicht so wie der grundgedanke war leider wie gesagt aber ich muss es erstmal so machen anders kann ich jetzt noch nicht so wirklich realisieren das instant leichter busch weggegangen bloß weil ich drauf geflogen bin oder was axt hatte ich auch eine da können wir das nämlich auch ein bisschen schneller machen hier glaube ich ja gut da müssen die ganzen öfen da muss alles eigentlich noch mal nach rechts waren das ist jetzt zwar ich ganz schön kacke ich kann es nicht anders machen ganz wirklich anders machen wir müssen uns dann nur mal ein bisschen eine gedachte linie wenn das die tür ist und hier 1 2 3 4 5 6 7 also auch hier 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 also hier quasi weg das ist jetzt natürlich mit der kiste wieder ein bisschen scheiße weil da muss ich die auch wieder weg machen dass das hier quasi die außenmauer wird na also ist jetzt schon wieder eigentlich mehr arbeit als nutzen wobei wenn es dann fertig ist wird das schon denke ich mal ganz geil aussehen das kann ich mir gut vorstellen wir müssen es erst mal nur so als gedachte linie hier ziehen das geht halt jetzt nicht anders noch nicht das alles was dann außen ist muss dann halt später nach innen wenn das jetzt das ist dann müsste hier so das fenster sein die öfen müssen ja dann eh alle weg erstmal dann ist jetzt wie gesagt hier das also es muss alles weg es muss alles weg es muss schlichtweg alles weg so die zwischenwand natürlich jetzt auch raus die es ja dann nicht mehr gibt wie gesagt wird erstmal ein bisschen schäbig jetzt aber wir managen das relativ sicher wir machen das so können wir das dach erstmal von unten jetzt aus rein ziehen das war wenigstens wissen wie es ausschaut und ja soll ich sagen das das wie gesagt das wird schon das wird schon so da müssen wir uns jetzt natürlich hier auch noch das fenster so denken wegen licht dann könnten wir natürlich auch größere fenster rein machen logischerweise aber der grundgedanke jetzt erstmal ist eigentlich die öfen alle weg zu hakeln hier die hakeln wir erstmal alle wieder weg ist ja gut dass wir da keinen verlust einstreichen außer ein bisschen von der spitzhacke dass die öfen eins zu eins abgebaut werden und nicht in ihre einzelteile zerfliegen das wäre ja auch richtig schade so und dann schauen wir in der nächsten folge wie wir das hier alles umsetzen werden wir 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 wir